Oh, Vram, jetzt hab ich grad nicht aufgepasst. Ah! Oh, Vram, hab ich grad nicht aufgepasst! Oh, Hadi! Oh, das sieht schon flowmäßig aus. Das sieht schon gut aus. Und wo? Und wo? Nein! Nein! Oh, Mann! War doch nicht flowmäßig. Nee, nicht so richtig. Scheibaker! Mord kann nicht wahr sein. Das leckt auch total. Deswegen schaffen wir das nicht, Hadi. Nein! Das war so gut schon, ey. Na ja, geht so, wa? Oh, Vram ist im Flow. Vram ist im Flow! Ich hasse dich. Da kann ich mal ganz auf dem Kopf erzählen. Ja, springen. Springen. Nein, oh Mann! Da verlässt einen immer zwischendurch die Konzentration, Mama. Ja. Ach, Mann. Oh, ey. Scheiße. Spring. 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 Ooooooooooow! Aua, wieso schlägst du mich denn? Ich musste einmal kurz den Klaps Wut entladen. Boah jetzt seid ihr aber grad Profimäßig am Start oder wat? Naja, scheiße. Das ist eigentlich 2 hoch 3. Fuck. Acht. Fuck. Was ist eigentlich 2 hoch 3? Erstmal muss ich nochmal nachdenken und nicht springen. Ach komm, das muss doch machbar sein. So schwer ist das doch gar nicht. Ja, ist machbar. Ja, Peter hat auch keine Ping, das ist alles. An evilien Tıyla. F**k. Ahhhh, nee. Solltest du erstmal Deutschlandmukke hinterlegen? Alter Peter, das ist aber ganz schön Assi weil du da gerade machst. Ja verdammte Kacke ey, der ist schon los, das haben wir schon mehr. Na geht doch, verdammt. Oh jetzt sind sie beide hintereinander im Flow, alles gut. Nein! Und beide runtergefallen. Wieder im Geiste. Das ist ja wieder laut, auch die ganze Zeit. Da haben wir doch einen Wichs. Richtig mal ruhig mal gucken, ob das dann klappt. Also ich sag jetzt nichts mehr. Guck mal, ich hab meine Lippen geschlossen. Boah, guck mal, der Bram macht das jetzt. War so klar, das war so klar. Der Bram, der macht das jetzt. Zack, fällt der runter. Boah, die geht jetzt ab oder wat? Scheiße, das darf nicht sein ey. Der Bram ist nicht wiedergekommen oder er ist unsichtbar, das weiß ich nicht. Hör, stirb doch endlich, du Taktik doch. Boah, komm schon. Puh. Hört Hardys Leertaste im Hintergrund. Nein! Boah, warum springst du denn Hardys hinterher, ey? Das ist zum Kotzen. Ja, meine Leertaste wird man jetzt im Hintergrund hören, ey. Das ist jetzt wichtig. Das ist der... Kannst du auch bitte auf Bram ist da, bin ich mir nicht sicher. Ne, meine ist das nicht. Ich hau da grad nicht so drauf. Scheiße. Aber die macht das jetzt oder wat? Ne, ich hab gedacht, den Sprung hab ich nicht geschafft. Dann hab ich ihn doch geschafft und dann hab ich nicht mehr entspringen gedacht. Boah. Boah. Ist doch kack jetzt, ey. Also wenn ich nichts sag, dann kriegt ihr auch nichts gebacken. Um das mal festzuhalten, so als Fazit der ganzen Geschichte. Scheiße zu früh. Ja, kann sein. Wir sind danach übrigens immer noch nicht raus aus dieser Schose hier. Ja, ja, dachte ich mir schon. Kommt danach wieder in eine kreative Challenge. Und was sagst du? Ja, das ist hier auf jeden Fall an Kreativität nicht zu überbieten, nachdem was wir hier die ganze Zeit springen mussten. Nächste Challenge hat lange Sprünge, Leitzern und Nippel. Ja. Haben wir ja hier noch gar nicht gesehen. Scheiße. Boah, kommt Slash Killende. Wobei ich die Challenge wiederum echt witzig finde. Irgendwie. Na. Ich finde das immer gut, wenn da keine Sprünge drin sind, wo du halt echt dran verzweifelt. Wo du einfach weißt, du schaffst die nur in einem Mal von fünf zu fällen vielleicht oder so. Hier ist das einfach echt Konzentration, sich nicht ablenken. Scheiße. Haaa, Mino, ey. Fuck. Boah, Gott sei Dank wird das jetzt wieder hell, ey. Sieht viel zu schön. Ihr macht doch einfach den Scheiß. Ähm, Befehl sonst. Fuck. Ich darf nicht nach vorne gucken. Ich darf erst mal wieder dunkel gemacht. Alter, leck mich doch! Spacken, ey. Ich würde dir ja auch nur helfen, mehr zu sehen. Ja, was musst du denn sehen? Ja, man sieht besser hier drinnen. Ja, und? Ich habe dir gerade in der Fehl gesagt und trotzdem springst du los. So schlimm kann das nicht sein mit der Dunkelheit. Scheiße. Oder du hast wieder nicht zugehört und warst in deiner eigenen kleinen Hardie-Welt. Boah, Junge, ich bin mich gerade voll am Konzentrieren. Na, fuck ey. Boah, das ist doch zum Lutschen. Ja, jetzt mach ich das. Jetzt mach ich das. Jetzt mach ich das. Oh Mann, das war zu groß. Jetzt mach ich das nicht. Boah, ich will das schaffen. Ich will das schaffen. Ich will das schaffen. So. Komm schon. Feternägel sauber machen. Ja, du kannst ja jetzt die Eier kraulen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich kann die Real-Life-Engine einen Fingernägel animieren. Oh Mann, geil. Ja. Dreck unter den Fingernägel. Wie bei COD, Junge. Komm, du machst das. Komm, Hardy, du machst das. Na, schade. Habt ihr schon gesehen, bei Steam können wir mittlerweile Call of Duty Ghosts vorbestellen. Kommt ja erst im November. Echt? Für? Junge, wenn ihr jetzt vorbestellt, dann kriegst du die Special-Sachen und die Special-Sachen. Ja, dann kriegst du dann ein extra Halstuch für den Hund. Hardy stinkt krass nach Maki und vögelt gerne. Scheiße. So. Ja. Das war die Rache von meiner Mutter. So. Hardy. Stinkt. Krass. Wer hat eigentlich in diese Dual-Timeline da Petra eingetragen? Hey. Hammer. Der Bobby, der dann erst seine Termine eingetragen hat. Dann hab ich gesehen, okay, alle Termine da. Direkt mal weitergeben. Und dann, hm, Jane neu. Hm, kann doch an dem und dem nicht. Ja, geil. Erst mal wieder ändern. Hammer. Aber es steht jetzt noch kein Datum fest. Nee. Aber da bei uns alleine schon nur zwei Daten übrig liegen. Ja, stimmt. Wird von den einen beiden wohl sein. Ja. Ja. Oh, ja. Ich versuche auch, den richtigen Blickwinkel zu kriegen, wo ich mich am besten könnte. Man darf nicht zu weit nach unten gucken. Damit, weil man den dann im nächsten Block nicht ist, aber auch nicht zu weit nach vorne, damit man nicht weiß mehr, wann man abspringen muss. Hui. Oh, warum macht das jetzt? Alles klar. Wer macht das? Alter, macht der das jetzt echt? Ja. Ja. Macht er. Alles klar, Hardy. Drei Versuche. Go, go. Boah, erst mal hinlegen. Alter. Das ist ganz einfach, Hardy. Du musst einfach die ganze Zeit denken, Hardys Mann stinkt krass nach Kotze. Hardys Mann stinkt krass nach Kotze. Scheiße, da macht der das auf einmal, ey. Das darf nicht wahr sein. Na, der macht das jetzt auch. Na, der macht's halt. Guck mal, der sieht gut aus. Scheiße, ey. Na, das ist natürlich dumm gelaufen, Hardy. Da hab ich kein Problem. Mach's das jetzt. Das ist ja noch ein Versuch. Mehr brauchst du ja im Grunde auch nicht. Ja, brauchst du ja noch ein Versuch, Hardy. Mach doch das einfach. Äh. Komm, Hardy mach das. Scheiße. Oh, ja. Gebt Hardy halt auf. Das ist natürlich schade. Schade. Hätte ich gern geschafft, ey. Boah, das ist echt lang gewesen. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Der Leiter ist schon assi da, warte mal. Kaputt. Fick dich! Fick dich! What? Ja, toll ey. Kein Plan, Peter hängt bei mir irgendwie im Boden drin. Ich versuche den da rauszuholen. Ja, der leckt mich am Arsch auch um mich zu schlagen, Wichser. ALTER! Ja, warte, Leute, wo ist Peter hin? Alter, du bist mit mir voll am rumbaggen. Fuck you! So, jetzt ist wieder alles gut. Du wolltest mich schlagen, du kleine Nutte! Du kleine Nutte! So, Frieden? Ja. Ach, als wenn du Frieden machst. Ja doch, mach ich. Ah, okay. Boah, das kann nicht wahr sein, ohne Spaß. Ob hast kleiner Hoden, das kann echt nicht sein. Scheiße. Boah, das ist ja nicht nach unten lang, ey. Du weißt, das ist voll der Plan, was? Einfach mal slash kill zu drücken, wenn man fällt. Na ja, das ist echt voll der Plan. Gabi ist echt voll der Plan. Fuck. Ja, geht doch, geht doch! Ja! Ja! Ja, ja, ja. Ja, ha, 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 ha! So, ne geilen Rüsseltiere. Du bist da oben drauf gekommen. Hast du die Leiter gar nicht benutzt? Ja, ha, ha, ha! Nur kurz zur Seite. Nie. Bram macht das. So, Bram macht das. Aber du hast jetzt ein paar schöne Sprünge aneinandergereiht. Da fühlte ich mich echt wie ein Pornös Willis. Da ist er ja wieder. Ich hab den Sprung bis jetzt noch nicht geschafft. Oh, doch einmal. Wie du ich denn hin? In die Tiefe, Hadi. Überlebt man den Fall überhaupt? Nee, du musst an die Leiter dran springen. Aha, okay. Boah, ist doch echt zum Rülpsen. Boah, shut da rum, ey. Ach, ja. Oh nein, jetzt nicht hier wieder weiter springen. Ach, leck mir doch die Kocher an das. Oh, da hab ich gewechselt. Wir sind natürlich auch am Sch... Ah, nein! Ja, nice. Ja, nice. Scheiße. Ja! Okay. Okay, okay. Okay. Mit Nippeln? Nein! Boah, ich war fast, fast durch. War schon bei den Nippels? Ja, bisschen Nippel ist fast durch. Oh Gott, wie frech. Ja! Alter, wie assi ist das denn mit der Leiter hier? Fäng mich mal am Arsch. Ja, und das wird jetzt nicht besser. Nein. Scheiße. Ja, genau. So, jetzt kommen die Nippels. Nippel! Okay. Alter, was sind denn das für asoziale Sprünge, ey? Oh, jetzt gehen wir... Direkt der erste Nippel versagt. Oh, Leute. Ach, komm schon. Ach, scheiße, ey. Das ist nicht so einfach hier alles. Was du gesagt hast nicht, Peter. Ah, schau mal. Ich bin so froh, wenn wir aus dieser komischen Dinge hier raus sind, ey. Ich kann das echt nicht mehr sehen. Boah, lutschen. Ah, nee, ey. Alter, dieser Um die Ecke springen an die Leiter hin, schaffe ich nur alle fünfmal, ey. Echt? Wahnsinn. Ja. Krass. Den finde ich voll einfach, wenn ich ehrlich bin. Boah, scheiße. Bei der Challenge bin ich echt motiviert, muss ich sagen. Nee. Lass mal da runterfallen. Sehr gut. Oh, Hardy ist da. Okay. Hardy ist weg. Ja, warte. So. Da muss man aber an die Leiter dran springen und nicht drauf, oder? Ja. Soll ich zurückgehen? Nö, nö. Wird schon klar. Ich warte noch kurz, bis Hardy wieder weg ist. Alter. Und dann springen dann dann. Nee, ich springe.